Hey Leute, hier ist wieder der Thorsten und es geht wieder ums Thema Blitzen. Und wir haben uns ja schon einiges angeschaut, unter anderem auch, dass wir die Blitzleistung durch den Abstand zum Model, also den Abstand von Blitz zum Model, auch verringern können oder auch eben verstärken können. Und da ist es aber auch so, dass man was beachten muss, nämlich, dass das Licht auch entweder härter oder leichter wird, oder härter oder weicher wird, je näher wir sind oder je weiter wir weg sind von unserem Model. Ich zeige euch das einfach mal hier wieder und ich gehe hier einfach mal nah an unser Model heran. Ich habe hier den Durchlichtschirm wieder draufgeschnallt und hier oben den Aufsteckblitz. Ja, ich habe den auf drei Balken, also ein Sechzehntel Leistung. Und die Blende habe ich 3.5, ISO 100 und 1.160 Verschlusszeit. Das ist ja unsere Blitzsynchronzeit bei dieser Kamera. Und ich mache jetzt einfach mal so ein Bild. Und wir sehen, dass wir hier eine schöne weiche Ausleuchtung haben. Also unser Model ist weich ausgeleuchtet, das heißt, die Schatten sind eben nicht hart. Also der Nasenschatten zum Beispiel, da sind eben keine harten Kanten beim Schatten zu erkennen. Und wenn wir jetzt den Blitz einfach mal noch hier etwas weiter zurückstellen. Ich übertreibe das gerade mal ein bisschen hier. Ihr seht den Blitz jetzt nicht mehr ganz, aber ihr erkennt ja noch, wo er hier steht. Also er ist schon ein gutes Stück hier entfernt. Und jetzt mache ich noch ein Bild. Und dann seht ihr ja erstens schon mal, dass das Bild natürlich dunkler wird. Das haben wir ja schon im anderen Video gesehen, da wir ja die Blitzleistung dadurch verringern. Aber was jetzt in diesem Video ja viel entscheidender ist, worum es ja auch geht, ist, wenn man jetzt zum Beispiel den Nasenschatten anschaut und mit dem vorherigen Bild vergleicht, dann sieht man hier ganz deutlich, dass das Licht auch härter wird. Also je weiter die Lichtquelle entfernt ist, desto härter wird auch unser Licht, desto härter werden auch die Schatten. Also desto krassere Kanten sieht man beim Schatten. Und ja, das sieht natürlich jetzt nicht mehr so schön aus wie im ersten Bild. Und es ist natürlich auch bei Lichtformern so, die sind ja dazu gemacht, eben wirklich Licht zu formen. Und das wirkt sich auch am besten aus, wenn die Blitze wirklich nah am Model sind oder relativ nah am Model sind. Ich bringe das Ganze hier noch ein bisschen weiter vor wieder. So hier auf die Hälfte von der Distanz von vorher. Und ich mache da einfach mal noch ein Bild. Ich muss das noch ein bisschen hier auf das Model weiter ausrichten. So, ich mache da noch ein Bild hier. Und dann schauen wir uns das mal an. Und da sieht man jetzt natürlich auch wieder, die Schatten sind etwas weicher geworden, da wir die Distanz ja auch wieder halbiert haben. Und ja, im Gegensatz zum vorherigen Bild sind die Schatten weicher geworden und im Gegensatz zum ersten Bild sind sie dennoch etwas härter. Also immer darauf achten, wie weit ihr euren Blitz von eurem Model entfernt, denn dadurch beeinträchtigt ihr eben auch die Ausleuchtung. Und wenn ihr hier so einen Durchlichtschirm benutzt, dann würde ich auch empfehlen, den relativ nah zu positionieren. Denn dann habt ihr eben wirklich hier auch die Charakteristik dieses Schirms, also das weiche Licht. Achtet da auf jeden Fall drauf und ihr spart ja auch vor allem etwas Blitzleistung, vor allem wenn ihr hier nur mit einem Aufsteckblitz fotografiert. Und das hat auf jeden Fall Vorteile. Gut, soviel schon mal zu dieser Sache noch. Ich hoffe, das hilft euch auch weiter. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt mal hier auf Abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Ihr bekommt auch in Zukunft weitere Tipps und Infos rund um die Themen Blitzen und Fotografie, Bildbearbeitung, diese ganzen Sachen. Und hier habe ich euch auch noch zwei Videos verlinkt. Da könnt ihr auch mal schauen, ob da noch was für euch dabei ist. Da geht es auch ums Thema Blitzen. Also dürfte auf jeden Fall interessant sein, wenn ihr euch dafür interessiert. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.